Herzlich willkommen zur ultimativen Kaufberatung für alle, die auf der Suche nach dem perfekten elektrischen Milchaufschäumer sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Eigenschaften, die dein Gerät haben muss, um dir das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können. Du hast es vielleicht schon erlebt. Ein Milchaufschäumer mit beeindruckenden Wattzahlen, der letztendlich enttäuschenden Schaum produziert. Hier ist der Schlüssel, um diese verführerische Leistungsfalle zu umgehen. Statt dich von hohen Wattzahlen blenden zu lassen, achte auf die richtige Drehzahl des Aufschäumers. Eine höhere Drehzahl sorgt für mehr Luftzufuhr und somit für cremigeren Schaum. Schaue beim Kauf also nicht nur auf die Watt-, sondern auf die Drehzahl. Das ist der Profitrick. Nichts ist frustrierender als ein Cappuccino mit lauwarmen Milchschaum. Doch keine Sorge, du kannst das Geheimnis der Temperaturkontrolle meistern. Achte darauf, dass der Milchaufschäumer über eine präzise Temperaturregelung verfügt. Profis setzen auf Modelle mit integriertem Thermometer oder einstellbarer Temperatur, um sicherzustellen, dass deine Milch immer die optimale Temperatur erreicht, genau wie im besten Café der Stadt. Die Reinigung ein Aspekt, den viele übersehen, aber der entscheidend ist, um gesundheitliche Katastrophen zu vermeiden. Dein elektrischer Milchaufschäumer kann zu einer Brutstätte für Bakterien werden, wenn du nicht sorgfältig reinigst. Tiefenreinigung ist hier das Stichwort. Zerlege deinen Aufschäumer nach jeder Verwendung und reinige alle Teile gründlich. Verwende bestenfalls auch spezielle Reinigungsmittel, die für Milchaufschäumer geeignet sind. Nur so bleibt dein Gerät hygienisch einwandfrei und bereit für den nächsten Schaumgourmet-Moment. Du denkst vielleicht nicht viel über das Material deines Milchaufschäumers nach, aber Profis wissen, dass es einen großen Unterschied machen kann. Edelstahl ist hier oft die beste Wahl, da es nicht nur langlebig ist, sondern auch leicht zu reinigen. Vermeide Kunststoffe, die mit der Zeit verfärben oder Gerüche aufnehmen können. Investiere in Qualität, dein Milchaufschäumer wird es dir mit jahrelanger Zuverlässigkeit danken. Die Geräuschentwicklung, eine oft übersehene, aber dennoch leise Katastrophe. Ein zu lauter Milchaufschäumer kann nicht nur deine Nerven strapazieren, sondern auch die friedliche Morgenstille stören. Der Profitrick hier ist, auf Modelle mit leiser Betriebsart zu setzen. Moderne Aufschäumer verwenden oft geräuscharme Technologien, die dir den perfekten Schaum ohne den Lärm bieten. Dein morgendlicher Kaffee wird nicht nur besser schmecken, sondern auch harmonischer in deine Tagesroutine passen. Nun, da du über die fünf katastrophalen Fehler beim Kauf eines elektrischen Milchaufschäumers informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Milchaufschäumern verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir BI der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.